hallo und willkommen zu einem weiteren let's play jetzt kommt der dritte teil der reihe auf den ich persönlich sehr sehr lange gewartet habe und ich habe jetzt extremst bock auf den teil also wirklich ich habe eigentlich auch nur wegen dem teil die ganze in zentralogie angefangen zu spielen mehr oder weniger also es war schon cool die beiden vorringer zu zocken halt nicht falsch verstehen aber auf den teil habe ich mich am meisten gefreut so und zwar kommt jetzt ganz genau es ist crash bandicoot warped der dritte teil und ja ich würde mal sagen legen wir los wahrscheinlich kommt wieder eine vorschau manchmal gleich die webcam weg endlich frei uka uka ist frei nein das darf nicht wahr sein großes unheil kommt auf uns zu niemand fragt es den großen uka uka einmal zu enttäuschen aber du kortex du hast mich zweimal enttäuscht großer uka uka es war dieser verflixte beutel dachs tief aus meinem tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache anweisungen geschickt doch du hast die edelsteine verloren du hast die kristalle verloren und ich ich habe die geduld verloren es gibt keine andere energiequelle auf diesem planeten ich weiß wir hatten ein paar bedauern du hast versagt aber weil deine stümperei mich freigesetzt hat fühle ich mich großzügig es gibt noch eine möglichkeit die nötige macht für die versklavung dieses planeten zu bekommen und dieses mal dieses mal dieses mal sorgt der große uka uka dafür dass du es richtig machst nach äonen wurde mein böser zwilling uka uka aus seinem unterirdischen gefängnis befreit ich habe ihn dort vor langer zeit eingesperrt um die welt vor seiner bosheit zu beschützen jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden Kinder uka uka und cortex wollen die zeit strudelmaschine benutzen um kristalle zu sammeln die in der zeit verstreut sind ich habe euch hier geholt um die kristalle zu bergen bevor ihnen das gelingt das zeitportal öffnet sich wenn ihr euch auf einen schalter stellt und von dort ins portal springt viel glück ja hier bin ich wieder und ja wir haben es gehört akuakus feind uka uka ist wieder da und ja wir müssen ihn daran hindern die kristalle und edelsteine zu sammeln denn sonst gibt es absolute versklavung auf dem planeten und das wollen wir nicht oh geil Geil Crash Bandicoot 3 Nostalgie Trip pur es war jetzt für mich glaube ich 17 Jahre her oder so als ich den das letzte mal gespielt habe wenn nicht sogar mehr und ja einfach nur geil wirklich Hammer ich hab richtig Bock ich hab richtig Bock so ja das ist der Warbraun hier und wir haben erstmal einen Gang frei und hier haben wir 5 Levels und eines davon können wir spielen beziehungsweise alle 5 beziehungsweise alle 5 aber wir können uns halt entscheiden welche wir nehmen so gut wir fangen direkt mit 1 an Toad Village ja ich hab übrigens meine Camp Position mal so ein bisschen geändert man sieht man sieht jetzt mehr von meinem Gesicht und weniger vom Hintergrund ich hoffe das ist in Ordnung so Crash 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 Wieso mischst du dich immer ein? Oh sieh mal ich habe auch eine Maske bald werden wir ja sehen welche von ihnen mächtiger ist oh ja das werden wir ja Cortex ist ebenfalls im Sitz einer Maske ob uns das jetzt großartig aufhalten wird so dann fangen wir mal an das erste Level hier so ja auf Steuerung größtenteils gleich über den zweiten Teil jetzt am Anfang wir haben hier den 5 Star Frog Splash den Einbauchklatscher so haben wir hier den Grätsprung wir können euch drehen hier haben wir Hühner ist das jetzt so wie bei Zelda? kann ich den angreifen? ok ok geht nicht das wäre cool wenn du jetzt halt so ein Easter Eckertest so wie bei Zelda halt ne wenn du oft genug den Hund triffst dass dann auf einmal so eine ganze Armee auf dich anflogen kommt und dich halt angreift so oh ist das schön das ist einfach nur schön komplette Neuauflage von Crash Bandicoot 3 das ist ein Traum gut gegangen so Akku, Akku dich werden wir öfters brauchen wir so da haben wir Christian Frosch aber das sollen wir besser nicht tun tschüss tschüss so unser erstes Bonus Level in diesem Spiel oh einfach nur geil die Mucke und so auch ne einfach nur die fette Neuauflage vom dritten Teil ich kann es kaum passen so er ist der Trophäe er ist der Trophäe so und das war der erste Bonus Level schön mir kommt grad so ein bisschen das ganze Fleisch hoch was ich von dem Essen habe heute das erste Mal in diesem Jahr gerillt sehr lecker wir senken jetzt grad noch ein bisschen im Hals die ganze Luft und auch der Geschmack zum Teil komm ich direkt wieder Hunger so fisch den Frosch fisch den Frosch Alter guck doch mal die Landschaft hier an schön das haben die echt geil gemacht wirklich richtig schön verbessert alles geile Textur wirklich nice top einfach nur gute Arbeit gemacht haben die Jungs hier bei Karies Visions so und da haben wir den ersten Kristall nehmen wir direkt mit sorry Cortex die waren schneller als du so zwei Kistchen noch da sind sie und ein Edelstein so das war das erste Level das ging doch mal locker pur aber wie wir wissen vom ersten und vom zweiten Teil wird das nicht immer so locker laufen so so und ich sag's jetzt hier an der Stelle nochmal oder was heißt nochmal ich hab's noch gar nicht gesagt Entschuldigung so so bei Crash Bandicoot 3 gab es auch in einem originalen Relikte und ich bin eigentlich nicht so der große Fan von Side-Rennen also da wo du halt einen Countdown hast wo du halt so schnellstmöglich ein Level abschließen musst oder allgemein irgendwas wenn es jetzt irgendwie so ein Schwimmlevel ist wo du halt eine Luftbalken hast oder so dass du dich da beeilen musst sowas ich mag sowas überhaupt nicht ähm aber hier hast du im ersten und zweiten Teil nicht gemacht bei dem Teil werde ich Relikte sammeln und zwar aus dem Grund wir schalten Levels frei mit einer bestimmten Anzahl von Relikten und ich würde gerne dieses Level hier im Let's Play auch zeigen wollen beziehungsweise spielen wollen deswegen machen wir das jetzt und ich denke mal hier haben wir das erste Level wo wir den Relikt auch gleich schon mitnehmen können gleich und das werde ich auch machen mhm ja so ich muss mich so ein bisschen hier ok mit X schwindet er ein bisschen schneller alles klar so ok ich bin schnell drin, ah da steht es jetzt drauf alles klar gut dass es noch erklärt wird hier äh äh ah ok ging ich glaube es ging so oh nicht angreifen in der Form da war ja was so so wir kommen gleich auf solche fetten Aale glaube so 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 oh god oh god oh god oh god ich will gleich echt einen Reliktkampf hier wagen äh ein Zeitkampf das gleich kein Fehler wird das direkt am Anfang zu machen muss auch nicht vielleicht erstmal so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen bam 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 ok ich sollte hier nicht so rum ballern so 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 und da kommt der kleine glaube nicht mit rein ne nicht berühren. Sonst knistert es nämlich. Gefällt dem Crash glaube ich nicht so ganz. Nehmen wir hier wieder unseren Torpedofisch mit. Ich habe früher gedacht, das wäre ein echter Fisch gewesen, der immer sowas ballern konnte. Aber jetzt, wenn man älter wird halt, sagt man, dass so einiges nicht echt ist. So, okay, das konnte der auch. Alles klar, vorsichtig. Ah, hätte ich ein bisschen aufpassen müssen. Und jetzt wagen wir uns an den Relikt rennen. So. Ja. Relikt Speziale. Oh Gott, oh Gott, ob das kein Fehler ist? Crash, Coco, wenn ihr den Kristall in einem Level schon geborgen habt, erscheint eine fliegende Uhr, wenn ihr zum zweiten Mal hineingeht. Okay. Die Uhr aktiviert den Zeitkampfmodus. Oh. Schnappt sie euch und die Zeit zählt herunter. Beeilt euch, um das Ende in der Bestzeit zu erreichen. Aber Vorsicht, manche Elemente verändern sich. Manche Elemente verändern sich. Was meint Akku? Akku wohl damit? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. So. Also so blöd schlagen wir uns jetzt noch nicht, hier. Finde ich zumindest. Ah, ein paar Kisten sollte ich vielleicht ignorieren. So. Ah, darf ich mir drei Sekunden vergessen? Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Schnell, 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 schnell. Das musste ich riskieren. Sorry, Akku, Akku. Nein. Egal. So. Und? Wir haben einen blauen Relikt. Das ist ab. Ja, brauche ich gar nicht. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber ein brauer, blauer, bleh, bleh. Ein blauer, bleh, bleh. Ein blauer Relikt ist allerdings nicht gut. Denn, es gibt, soweit ich weiß, einen Edelstein. Den bekommt man nur, wenn man mindestens überall Goldrelikte hat. Deswegen muss ich das Level leider nochmal spielen. Es tut mir an der Stelle leid. So. Clashen wir uns hier durch. Sorry, ich habe keine Zeit zum Spielen, meine Kumpel. So. Ich glaube, es geht sogar schneller, wenn ich mich um die ganze Trigger-Attacken melde. Boah, scheiß Vieh. Ah, shit. Ich habe mich doch hängen geblieben. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. So, da kommt gleich wieder Kumpel High. Schneller, schneller. Und? Wir haben. Gold. Genau, das wollten wir. Wunderbar. Boah. Ich war damals echt so gut mit dem Spiel, dass ich fast überall Platin hatte. Das ist schon mies. Naja. Aber Gold reicht aus. Gut. Nächstes Level. Und jetzt kommt ein Spiel, äh, ein Level, was ich sehr mochte. Und ein Charakter, mit dem wir den zweiten Teil, größtenteils komplett durchgespielt haben. So. Und auch hier können wir uns den Relikt holen. Die chinesische Mauer. So. Oh. Oh, voll süß. Ja. Wir wollen natürlich auch alle Kisten mitnehmen. Sollte es vielleicht ein bisschen lockerer angehen lassen. Oh Gott, da war keine Lecks gehabt hier. So. Oh, das war jetzt knapp. Das war sehr knapp. Schön. Ein paar gemeine Drachen hier. Und da ist ein Kristall. Als ob wir so einen laufenden Tiger hier was anhaben können. Oh. Alles klar. Das ist wieder ein bisschen anders wie bei Crash Band 2 mit dem Poller. Du kannst nämlich die Taste gedrückt halten und dann springt die komplett durch. Leider auch in der Luft. So. Ja, wir haben alle Edelsteine. Oh. Das wäre jetzt mies, wenn ich da jetzt oben dran abkratzt werde. Oh. Das wäre jetzt mies gewesen. Das wäre jetzt mies gewesen. Kurz am Ende nochmal einmal abzukratzen. Schön. Und auch in diesem Level holen wir uns den Gold Relikt. Mindestens den Gold Relikt. Wenn wir Platin schaffen, nehme ich gerne mit. So. Crash, du musst leider deine Schwester in Zubik geben. Du hast deinen Spaß bei Polar gehabt. Uka, Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristall erholt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Nur über meine Leiche. Crash, du Tiny gibt oder Crash, Blatt gemacht wird. Nur über meine Leiche. Die Kristalle kannst du dir schon selber holen, mein Freund. So. Oh, das ist jetzt doof. Jetzt will ich ein Leben. Bin jetzt gleich mal eine Uhr vorbeigelaufen. So. Ah. Das war, glaube ich, ein Fehler. Akku, Akku. Jihau. Oh, ja. Mist. Hier sprinten wir jetzt richtig durch. Vollspeed-Karacho. Ah, Mist. Gut, egal. Ich muss dran denken, dass sie auch in der Luft anhält, wenn du den Knopf loslässt. Das ist ein bisschen blöd mit der Einschätzung hier. Naja. Wir verlieren ja keine Leben. Gott sei Dank. Junge, Junge, Junge. So wollte ich das. Ei, ei, ei. Ei, ei. Die hole ich mir auf jeden Fall noch mit. Und jetzt schnell. Ah, Zeit ist schon angehalten. Gut. Ein bisschen schmusi, schmusi. Ein bisschen knuddeln. Und ich bin gespannt, was kriegen wir. Oh. Mein. Gott. Wir haben Platin. Also wenn das mal nicht geil ist. Ja. Unser erster Platin. Nicht schlecht. Hab ein paar Anläufe gebraucht, aber immerhin. Und was kommt jetzt für ein Level? Ja. Das war der Coco Dance. Jetzt kommt Boneyard. Knochenfeld. Ja. Feld oder was heißt Yard? Knochenfeld. Ist auf jeden Fall etwas, ja. Ein Level, das etwas weiter zurückliegt. Oh ja. Und los geht's. Also hier hätte ein T-Rex viel mehr Sinn gemacht, finde ich. Aber naja. Sonst ist es halt ein Dreiron. Ein Torosaurus oder wie heißt die T-Rex? Oh, was soll ich denn noch? So. Ja. Gefahr erstmal gebannt. Und die erste TNT hier, ne? Jetzt. So. Und auch hier warte ich wieder, bis die TNTs explodieren. Aus dem Grund, weil im Originalen gab es manchmal den Fehler. Fehler, dass mal eine TNT nicht mit explodiert ist. Hab ich denn erwischt? Und ja. Wir sehen hier den ersten Edelstein, den brauchen wir da. Und das notiere ich mir erstmal direkt. Diesmal bin ich vorbereitet. So, wie ist das Level? Boneyard. Okay. Das war ein roter, glaube ich, ist das, ne? Ich schreibe einfach mal in rot. So. Alles klar. Haha. Mich, du wirst nicht kriegen. So. So. Oh, und hier eine schöne schwebende Blattbaum mit Knochen. Da haben die Bonus-Level auch mitgedacht. Da passen wir uns mal auch an die Levels richtig an. Deswegen kriegt unsere Plattform Knochen als Beine. Aufpassen. Die nehmen wir nämlich auch gerne mit, ne? So. Schön in die Hocke. 14 von 14 von 14. Es geht weiter. Ich hab's noch gesagt. Du kriegst ihn hin. Okay, hat das jetzt irgendwas bedeutet? Ja, ich hab's noch gesagt. Ja, komm. Nehm ich euch mit, womit. Jetzt hab ich ja noch die Geduld weg. Aber ich glaube, das wird sich später noch nichts ändern. Nicht gut, diese. Da freut sich ja jemand. Nein, theoretisch stimmt eigentlich, die wissen auch alle mit, ne? Okay, jetzt aber richtig. Musst du den Bumpa-Furcht dann folgen. Die zeigen einen Weg. Also diese Schwungpassage ist aber scheiße da über die Lava. Nur so geht das. Ach komm, willst du auch ruhig anhalten können und die ganzen Äpfel verputzen können? Äh, Bumpa-Furcht verputzen können, ne? Ich hab extra für dich da gelassen. Was ist passiert? Was war das? Hat er mich am Ende noch gekriegt? Oh, und ich wollte so einen coolen Bauplatscher noch machen. In den Swap-Raum rein. Oh, Mann. Ja. Meine Schuld. So wollte ich das machen. Dass er mich da eigentlich noch erwischt hat, ey, unglaublich. Ach, ja. So. Kann man das irgendwie überspringen? Nein. Okay, man kann nur den Dance überspringen. Aber den sehe ich mir jetzt an. Ob ihr es wollt oder nicht. Bis Shit. So. 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 .